Bist du komplett durchgebootet oder was? Kassal, die in Mitte, das ist wie 300 vorn, Mensch, die Trainer. Er piste ich, den kannst du nicht nehmen. Der braucht 15 Eidhälfte, er durchkommt und dann ist er von größten Spielern erstmal hier. Und mich da entschließt du 945, das dauert mir so lange. Alter, Riot, das ist ja super nervig, ey. Nein, 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 sowas will ich nicht. An enemy is legendary. Schon wieder? Was ist das denn? Was soll denn das? Wieso tut ihr mir das an? Ihr seid hier am besten Format auf YouTube. Warum? Warum? Halt ein, zwei, drei, zwei, drei. Ja, geh, geh. Was soll das denn jetzt? Zum Kotzen ist er. Pa, 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 pa. Und deswegen, Leute, will ich gar nicht erst das Disk csperia, im Chat auftaucht. Versteht ihr jetzt? Versteht ihr jetzt, warum ich die Leute im Chat beleidigen muss? Weil ich es einfach besser weiß, ich bin Playgame. WIKE!